Dann stimmt in unserem Rechtsstaat etwas nicht mehr. Wenn derjenige, der versagt, auch noch damit belohnt wird, das kann es nicht sein. Wir konnten Wolfgang Krupp als Speaker auf unserem Loftfilm-Day gewinnen. Und direkt nach dem Event hatte ich ihn hier zum Podcast. Wenn die Unternehmer meinen, dass sie Entscheidungen treffen und solange es gut geht, kassieren sie. Und wenn es schlecht geht, nehmen sie mich als Steuerzahler in die Haftung. Das kann ein gestandener Unternehmer nicht wollen. Er ist ein Unternehmer der alten Schule, wie es in Deutschland vermutlich keinen zweiten gibt. Meine Kinder muss sich das so positiv vorleben, dass sie im Prinzip sagen, Herrgott, das möchte ich auch mal machen, was der Papa macht. Sein Unternehmen Trigema macht mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Trotzdem hat er keine GmbH, sondern haftet persönlich für alles, was im Unternehmen passiert. Wir müssen für das, was wir tun, auch gerade stehen. Und wenn Sie ganz groß den Benko nehmen, es kann nicht sein, dass ein Benko 14 Milliarden Pleite macht und Millionär bleiben darf. Das kann es nicht sein. Im Podcast hat er mir von seinen größten Herausforderungen erzählt und auch, wie er diese gelöst hat. Und dann habe ich im gleichen Moment entschieden, die Preise kann ich nicht machen, dann muss ich auf 36 Millionen verzichten. Er hat es geschafft, in der Textilbranche zu überleben und das am Standort Deutschland, während alle seine Konkurrenten pleite gegangen sind. Wir hatten 26 Textilbetriebe in Burladingen und jeder war fast Millionär. Es war ein unfassbar emotionales, spannendes und lehrreiches Gespräch. Hier ist das Interview mit Wolfgang Krupp. Herr Krupp, Sie haben mit Trigema es geschafft, da zu bleiben in einem Markt, in dem ganz viele andere verschwunden sind. Wie haben Sie das geschafft? Was ist das Geheimnis von Trigema? Das ist ganz einfach so. Ich musste den Wandel der Zeit rechtzeitig erkennen und dann entsprechend handeln, damit ich auch noch weiter existieren kann am Standort Deutschland. Der Standort Deutschland ist gut. Nur liegt es daran, wenn wir sagen, wir haben Probleme, dann liegt es nicht am Standort, sondern der kann sich ja nicht täglich verändern, sondern liegt es an den Unternehmern, die diese Probleme nicht rechtzeitig erkennen und entsprechend dann diese Probleme lösen. Und ich musste konstant erkennen, was zu tun ist, damit ich auch morgen der Verpflichtung, die ich meinen Mitarbeitern schuldig bin, ihnen Arbeit zu geben, nachkommen kann. Und was waren das denn für Dinge, was Sie gemacht haben, was die ganzen anderen Produzenten in der Textilbranche nicht geschafft haben? Also ich erinnere mich noch, wir hatten 26 Textilbetriebe in Burladingen. Und jeder hat versucht, dem anderen Arbeitskräfte abzuwerben in der Glanzzeit vor 40 Jahren oder 30 Jahren. Und jeder war fast Millionär, als er hier gearbeitet hat. Und dann haben Sie den Wandel der Zeit nicht erkannt. Dann haben Sie im Prinzip sich damit gebrüstet, dass ich zum Beispiel bei Quelle oder Kaufhof aus dem Sortiment genommen wurde. Und Sie seien jetzt drin und hätten das Triema-Produkt herausgedrängt. Sie haben aber verschwiegen, dass Sie Preise gemacht haben, die ich nicht verantworten konnte. Und ich habe die Preise nicht akzeptiert und bin damit aus dem Sortiment genommen worden. Und dann sind Sie mit den Kunden untergegangen. Und das ist entscheidend. Und ich, Kunden sind für uns Könige. Aber, und ich tue alles für unsere Kunden. Und so wie unsere Lieferanten auch alles für uns tun haben. Man muss eine gewisse Grenze kennen und muss wissen, man kann sich nicht gegenseitig überfordern. Irgendwo muss es recht, recht bleiben. Und Dinge, die nicht in Ordnung sind, die darf man nicht machen. Und der Kunde hat Preise verlangt, die nicht in Ordnung waren. Dann hätte ich die Arbeitskräfte ins Ausland verlagern müssen, weil man gesagt hat, da sind ja die Löhne billiger. Das habe ich meinen Mitarbeitern nicht zugemutet und habe gesagt, dann muss ich auf den Kunden verzichten. Und am Schluss, habe ich ja gesagt im Vortrag, musste ich erkennen, dass ich auch einen Teil der Handelsfunktion selber übernehmen muss, um im Prinzip weiter existieren zu können. Das heißt, Sie haben auf große Kunden verzichtet. Da ging es ja dann um große Beträge. Können Sie da was sagen, auf wie viel Umsatz Sie da verzichtet haben, wenn Sie den Kunden abgesagt haben? Mit jedem Einzelnen haben wir mehrere Millionen gemacht. Und dann haben wir später, bin ich zu den SB-Kunden, da hat man auch wieder 10 Millionen, 12 Millionen mit Metro gemacht. Und am Schluss habe ich ja mit den Discountern gearbeitet. Und da habe ich mit Aldi Top-Kunde. Aldi ist ein fairer Kunde, lasse ich nichts drüber kommen. Habe ich 36 Millionen gemacht. Aber er wollte dann die Hausmarke und mit Aldi Etikett und die zu einem Preis, den ich nicht verantworten konnte. Und dann habe ich im gleichen Moment entschieden, dass ich auf 36 Millionen, und das ist schon eine gravierende Entscheidung, sozusagen verzichten, indem ich gesagt habe, die Preise kann ich nicht machen. Dann muss ich auf 36 Millionen verzichten. Und dann habe ich entschieden, dass wir jetzt eigene Geschäfte aufmachen. Und das ist aber immer so gewesen. Wenn ich sage, ich hätte einen Kunden schlecht beliefert, dann hätte ich mich nicht beschweren dürfen, wenn der am Schluss gesagt hat, ich produziere, ich muss jetzt eine eigene Strickwarenfabrik oder Wirkwarenfabrik machen. Dann wird er zum Konkurrenten. Das heißt, Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, dann nehme ich halt nicht mal die Großabnehmer, sondern gehe direkt an den Endkunden. Ja, und dann kam Online, das haben wir vor 25 Jahren eingerichtet. Und heute machen wir 40 Prozent der Produktion geht über Online und 40 Prozent über unsere eigenen Geschäfte. Und somit sind wir mit 80 Prozent autark. Was raten Sie denn Unternehmern, die jetzt vor so einer schweren Entscheidung stehen? Ja, die sagen, hier ist ein großer Kunde, ein wichtiger Kunde, der hat Anforderungen an mich. Und ich bin nicht sicher, ob ich das machen soll oder nicht. Weil wenn man auf 36 Millionen verzichtet, da könnten ja auch Arbeitsplätze gefährdet werden. Ja, klar. Aber ich meine, man muss natürlich als der Kunde, wenn der Anforderungen an mich hat, das ist ja kein Problem. Wenn der sagt, ich muss eine neue Maschine kaufen oder das oder jenes, das ist ja kein Problem. Nur wenn er preisliche Anforderungen hat, die unter der Gürtellinie sind, damit kann ich nicht leben, weil dann kann ich meine Leute nicht mehr beschäftigen, muss die Arbeitsplätze verlagern. Und das ist unter der Gürtellinie und das kann nur ich entscheiden oder der Inhaber oder der Geschäftsführer muss entscheiden, ob er damit auf die Dauer leben kann. Ich kann mit billigen Preisen nicht leben auf die Dauer. Da muss ich meine Leute die Arbeitsplätze verlagern und das geht nicht. Und das kann ich meinen Mitarbeitern nicht zumuten. Ich habe eine Verpflichtung auch meinen Mitarbeitern gegenüber, die 20, 30 bis zu 50 Jahre im Unternehmen sind. Da bin ich verpflichtet, denen die auch weiter zu beschäftigen. Und diese Verpflichtung muss man aufrechterhalten und deshalb tun wir für unsere Kunden alles, was sie tun und kommen ihnen entgegen, kaufen Maschinen und machen neue Artikel und alles. Aber das, was sie fordern, dass wir Preise machen, wo ich dann meinen Mitarbeitern gegenüber nicht mehr, die ich nicht mehr unterhalten kann, das wäre fatal. Was ist denn aus den ganzen Konkurrenten geworden, die die Preise gedrückt haben, die ins Ausland gegangen sind? Wie hat sich das denn entwickelt? Nein, die Konkurrenten haben nicht die Preise gedrückt, die haben Ja gesagt. Die Einkäufer, ja klar. Ja, die Einkäufer. Aber die mit diesem Preisdruck mitgegangen sind, was ist da passiert? Also beide sind die Konkurs gegangen. Sowohl der Kaufhof Karstadt, Horten, Kaufhauskönige, Versandhauskönige, Quelle und so weiter. Die sind kaputt gegangen und die Fabrikanten auch. Also es hat beiden nichts genützt, weil ich sage mal, wir leben in einem hohen Land und da können wir keine Billigware machen, wir müssen Qualitätsware machen, wir müssen innovative Produkte machen und die haben auch ihren Preis und dazu muss ich stehen. Sie haben gesagt, die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, Verantwortung ist ja ein großes Thema, das sie beschäftigt. Und es ist so, dass Trigema ein Einzelunternehmen ist, wo jeder Steuersparprofi sagen würde, das ist ja nicht wahnsinnig intelligent, weil man als Einzelunternehmer viel höhere Steuern zahlt als GmbH. Wieso machen Sie das trotzdem, dass Sie nicht zu einer GmbH umfimieren? Also generell verlange ich öffentlich die Haftung zurück. Und ich sage mal, wenn ich GmbH habe und dann weniger Steuern bezahle, ich sage mal, das wäre für mich, also es ging mir nie um die Steuern. Ich habe immer mit Stolz gesagt, wir haben 55 Jahre, habe ich positive Bilanzen gehabt. Und ich war mit Stolz und habe gesagt, ich bin stolz, dass ich jedes Jahr eine Gewinnsteuer zahlen darf. Weil solange ich eine Gewinnsteuer zahlen muss, habe ich Gewinne gemacht. Und wenn ich keine Steuern mehr zahlen muss, dann wäre es fatal, dann habe ich auch keine Gewinne gemacht. Und ich sage mal, dass ich den Gewinn versteuere, ist für mich selbstverständlich, dass ich aber versuche, möglichst viele stille Reserven zu bilden. Das darf mir das Finanzamt auch nicht übel nehmen. Was sagen Sie denn zu Unternehmern, die ins Ausland gehen, um Steuern zu sparen? Gar nichts. Das ist so ähnlich, wenn Sie sagen, was halten Sie von einem Familienvater, der fremd geht, um im Prinzip seinem Trieb nachzukommen. Gar nichts, wissen Sie. Ich sage mal, ich muss zu dem stehen, was ich gesagt habe. Und ich zahle in Deutschland meine Steuern. Ich habe nie in meinen 55 Jahren darüber nachgedacht, ob ich an irgendwelche Inseln oder sonst wo gehen, so Steuersparende. Nein. Ich habe meinem Finanzamt immer gesagt, ich zahle gerne Steuern, aber selbstverständlich werde ich alles versuchen, so niedrig wie möglich anzusetzen, abzuschreiben und so weiter. Und damit indirekt stille Reserven zu bilden. Jetzt haben Sie gesagt, die Haftung muss zurück in die Unternehmen. Das heißt, dass die Unternehmer selbst dafür haften, was ihre Firma im Prinzip fabriziert. Und die Frage ist, denken Sie nicht, dass das auch Leute entmutigt, ins Unternehmertum zu gehen und selbstständig zu werden, wenn sie wissen, sie haften für alles, was passiert? Also den Unternehmern können Sie natürlich eins sagen. Wenn die Unternehmer meinen, dass sie Entscheidungen treffen und solange es gut geht, kassieren sie. Und wenn es schlecht geht, nehmen sie mich als Steuerzahler in die Haftung. Das kann ein gestandener Unternehmer nicht wollen. Das Wirtschaftswunder nach dem Krieg ist von unseren Vätern oder Großvätern geschaffen worden durch lauter KGs. Persönlich haftende Unternehmer, die auch einen Vorwärtsdrang hatten, aber sie wussten, wenn sie einen Schritt zu weit gehen, sind sie als Erster in der Verantwortung. Und deshalb waren die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Wenn Sie heute sehen, da macht einer eine GmbH und dann, solange es gut geht, kassieren. Wenn es schlecht geht, macht man schnell Pleite und dann geht es munter weiter. Das kann nicht das sein, was wir von einem Unternehmer erwarten. Wir erwarten von einem Unternehmer gute Entscheidungen, die er überlegt hat und die er verantworten kann. Aber nicht, dass er im Prinzip sagt, solange es gut geht, ist wunderbar und wenn es schlecht geht, setze ich alle ein. Das darf nicht gehen. Ich habe immer EK gehabt und ich bin stolz, dass meine Kinder selbstverständlich zu zweit, können sie keine EK machen, aber eine KG gemacht haben. Und mein Sohn ist persönlich haftender Gesellschaft. Das ist, da bin ich mit Stolz, das zu sagen, dass meine Kinder das, was der Vater ihnen vorgelebt hat, selbstverständlich auch nachmachen. Haben Sie denn ein konkretes Beispiel dafür, für ein Unternehmen, wo genau das passiert ist, das abkassiert wurde und dann Insolvenz gemacht hat? Ja, das wurde ja in meinem Vortrag, oder irgendwo vorher wurde er genannt. Ich sage Peg und Gloppenburg, Gloppenburg ist in die Schweiz und am Schluss hat er hier den Bettel hingeschmissen. Nehmen Sie Klingel, die Familie Kohn, ich sage mal, die im Prinzip noch eine Villa gebaut haben und alles. Und dann haben Sie hier alles, was Sie hier hatten, Klingel versandt und alles in Insolvenz geschickt oder in Konkurs geschickt. Das kann es nicht sein. Wir müssen für das, was wir tun, auch gerade stehen. Und wenn Sie ganz groß den Benko nehmen, es kann nicht sein, dass ein Benko 14 Milliarden Pleite macht und Millionär bleiben darf. Das kann es nicht sein, wissen Sie. Ich sage mal, wir brauchen wieder Verantwortung und Haftung zurück und es kann einer viel Geld verdienen. Für mich sind die großen Vorbilder eine Firma Wirt, ein Herr Wirt oder auch, ich sage mal, Herrenknecht oder auch Europapark. Das sind Familien, die Millionen Privatvermögen in der Firma drin haben, die ihre Firmen finanzieren selber und Leistung zeigen und den Mitarbeitern eine Chance geben, auch in Jahrzehnte in der Firma zu arbeiten. Falls du dich jetzt wunderst, wovon der Krupp spricht, wenn er von seinem Vortrag spricht. Sie waren Redner auf unserem Loftfilm-Day, auf unserem Kundenevent und da haben Sie auch über die Verantwortung gesprochen. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn die Verantwortung wieder zurückkommt? Also das heißt, wenn man haftbar gemacht wird persönlich als Unternehmer, was würde das für eine Auswirkung haben? Das Einzige, was passieren kann, dass die Firmen nicht überdimensioniert werden. Weil wenn einer persönlich haftet, dann wird er schauen, dass er es überblicken kann. Und heute wird ja Größenwahlen gemacht und am Schluss wird es hingeschmissen. Wir brauchen kleinere Einheiten und dann gibt es mehr Unternehmer, die auch im Prinzip das machen können. Aber heute macht einer riesengroß, macht den anderen alle Konkurrenz und am Schluss macht er Pleite. Wissen Sie, davon hat niemand was. Wir brauchen kleinere Einheiten, die überschaubar sind, die führbar sind und die man vor allem verantworten kann. Wenn Sie jetzt in der Politik wären, was würden Sie tun, um das zu gewährleisten, also dass die Verantwortung wieder zurückkommt? Ich würde sofort denen, die eine Rechtsform EK haben oder eine KG, die persönlich haften, denen würde ich 50% Steuerrabatt geben in der Einkommenssteuer. Dann gehen Sie aus Steuergründen in die KG oder EK und dann sind die Entscheidungen überlegter und verantwortungsvoller. Und es würde unserem Land besser stehen, als wenn jeder kassiert und am Schluss Pleite macht. Wenn Sie diese riesen Pleiten angucken, 23% sind die Insolvenzen letztes Jahr gestiegen oder 26%. Das kann es nicht sein, dass man sagt, man ist anschließend reicher, wenn man Insolvenz gemacht hat. Wissen Sie, mir hat ja mal ein Finanzberater geschrieben oder ein Steuerberater geschrieben, er würde mich gerne beraten. Ich soll doch Insolvenz machen, dann wäre ich anschließend reicher. Das habe ich dann öffentlich gemacht und das kann es ja wohl nicht sein. Dass man beraten, von einer Steuerkanzlei beraten werden will, dass man Insolvenz macht und anschließend reicher ist. Dann stimmt in unserem Rechtsstaat etwas nicht mehr. Wenn derjenige, der versagt, auch noch damit belohnt wird, das kann es nicht sein. Wieso glauben Sie denn, dass die Politik das nicht ändert? Also im Moment sowieso nicht, weil es eine Dreierregierung ist. Wir brauchen da wieder starke Einzelheiten, aber die Politik, ja, Demokratie ist nicht so einfach und da werden natürlich viele nicht zustimmen für die Verantwortung und Haftung. Deshalb sage ich, deshalb machen sie ja, denn die, wenn die alle zustimmen würden, dann hätten sie ja keine GmbHs. Dann hätten sie ja selber eine entsprechende Haftungsgesellschaft. Und wie gesagt, das Wirtschaftswunder nach dem Krieg ist mit Haftungsgesellschaften, KGs gemacht worden. Und jetzt macht ja jeder eine GmbH. Lesen Sie doch in der Zeitung. Der macht, bei jeder Firmengründung ist GmbH. Weil man die Verantwortung nicht mehr will. Und ich muss die Verantwortung wollen und auch übernehmen. Sie haben auf unserem letzten Love Film Day auch schon gesprochen. Da haben wir ein Video auf YouTube hochgeladen, das mittlerweile über vier Millionen Aufrufe hat. Und ich habe mich mal durch die Kommentare durchgeklickt und da sieht man schon, dass es da sehr viel Zustimmung gibt. Ja, und sehr viel, ja, sehr viel Kommentare, die im Prinzip ihre Meinung teilen. Und ich glaube, ein Thema, was auch sehr hohen Anklang findet, ist das Thema Familie. Das ist Ihnen auch wichtig. Wie ist es denn bei Ihnen? Ja, Sie haben zwei Kinder, die jetzt auch die Firma übernehmen und weiterführen. Ja, wie sehen Sie das denn mit dem Thema Familie? Gerade als Unternehmer, wo man viel beschäftigt ist, wenig Zeit hat, wenn die Familie vielleicht ein bisschen kurz kommt. Was würden Sie einem Unternehmer raten, der auch gleichzeitig Familienvater oder Mutter ist? Also, selbstverständlich stehe ich zur Familie und es darf nicht sein, dass meine Frau oder meine Kinder sagen, der ist mit dem Geschäft so verbunden, dass er keine Zeit für die Familie hat. Ich muss zur richtigen Zeit für die Firma da sein, aber genauso für die Familie. Und wenn meine Kinder oder meine Frau irgendein Problem hatten, dann war ich zur Stelle. Aber selbstverständlich genauso für die Firma. Und wer sagt, er hat für die Familie keine Zeit, das gibt es nicht. Ich habe immer Zeit für alles, was wichtig ist. Und die Familie ist wichtig und dafür habe ich auch die Zeit. Was für einen Tipp haben Sie für einen Unternehmer, der eine Familie hat und da ein guter Familienvater sein möchte und gleichzeitig ein guter Unternehmer? Das kann ja problemlos parallel laufen. Er muss nur seine Firma so führen, dass er am wenigsten Probleme hat. Dann hat er auch Zeit für die Familie. Wenn er seine Firma aber so führt, dass er Laufenprobleme in der Firma hat, dann hat er sie schlecht geführt und dann ist das eine Automation. Wenn ich sage, ich fahre mit dem Auto so blöd, dass ich laufend anecke, dann komme ich nicht ans Ziel. Ich muss ordentlich fahren, dann komme ich auch ans Ziel. Und wer die Firma gut führt, hat weniger Probleme. Jetzt ist ja oft so, dass Kinder nicht ihren Eltern nacheifern, sondern etwas ganz anderes machen, vielleicht da auch gar kein Interesse haben, in die Fußstapfen zu treten, was ja früher relativ normal war. Ja, ich mache das, was der Vater gemacht hat. Wie haben Sie das geschafft, dass Ihre Kinder da stolz drauf sind und das auch übernehmen wollen? Also wenn meine Kinder sagen würden, den Scheiß, den mein Vater macht, den will ich nicht machen, dann hätte ich versagt. Meine Kinder, muss ich das so positiv vorleben, dass sie im Prinzip sagen, Herrgott, das möchte ich auch mal machen, was der Papa macht. So muss es vorgelebt werden. Wenn ich aber jeden Tag nach Hause komme und stöhne, wie viel ich arbeiten muss und dass ich kaum Geld verdiene und dass alles problemvoll ist, dann ist doch logisch, dass die Kinder sagen, das will ich nicht machen. Ich muss es positiv vorleben. Ich muss von den Problemen erzählen und sagen, wir haben sie gelöst. Wir haben die Probleme gelöst und wir stehen da in der Presse und ich bin auch bei Loftfilm eingeladen, um mal öffentlich was zu sagen. Das sind positive Erlebnisse und das muss man den Kindern vorleben. Dann wollen sie das auch machen. Jetzt haben Sie gesagt, die Probleme muss man lösen und das dann erzählen, etwas Positives, positive Nachrichten. Haben Sie mal so ein Beispiel aus Ihrem Werdegang für ein Problem, das Sie gelöst haben? Wir haben vorhin schon gesprochen über den Preiskampf, aber haben Sie ein anderes Beispiel, irgendein Problem, was aufgetaucht ist? Nehmen Sie mal die Pandemie als Beispiel, wo plötzlich von heute auf morgen alle Geschäfte, auch die Geschäfte unserer Kunden, hieß zu. Dann habe ich nicht groß überlegt. Ich habe sofort meine Mitarbeiter, die ich ja nicht versammeln konnte, ich musste per Videokonferenz denen mitteilen, dass ich wahrscheinlich vor dem größten Problem meiner Laufbahn stehe. Aber es sei mein Problem. Die Mitarbeiter brauchen sich um das nicht kümmern. Löhne sind garantiert, Arbeitsplätze sind garantiert und ich muss dieses Problem lösen. Und die Mitarbeiter vertrauen auf mich und dann haben wir voll durchgearbeitet. Weiter, man hat die Arbeitsplätze in der Produktion ein bisschen auseinandergesetzt, so wie es vergenehm ist. Und wir haben voll durchgefertigt, haben auf Lager gefertigt, weil die Läden waren ja zu und haben viel auf Lager gefertigt. Und anschließend waren wir froh, dass wir die Löhne nicht bezahlt haben und nichts rausgekommen ist. Wir haben Löhne bezahlt und haben auch dafür das Resultat bekommen, nämlich die Ware. Und die haben wir halt dann verspätet verkauft. Das heißt, Sie haben direkt am Anfang der Pandemie schon allen Mitarbeitern gesagt, niemand muss sich Sorgen machen. Nein, ich habe sofort am ersten Tag gesagt, ich stehe wahrscheinlich vor dem schwierigsten Problem meiner Laufbahn. Das sei aber meins. Und nicht, die Arbeitsplätze sind garantiert, die Löhne sind garantiert und dann kann ich von den Mitarbeitern auch Leistung verlangen. Nur wenn ich bei jeder Geschichte in die Knie gehe, dann können die auch sagen, Herr Grupp, ich muss ja nicht so viel arbeiten, weil gestern haben Sie die Arbeit nicht gebraucht, heute brauchen Sie sie. Ich gebe die Arbeitsplatzgarantie und kann damit von den Mitarbeitern auch konstante Leistung verlangen. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, ein anderes Thema, weil hier bei uns, bei Loftfilm und hier in diesem Podcast sprechen wir immer viel über das Thema Marketing, wie man nach außen Kunden findet. Und Sie hatten ja das Thema, dass Sie Ihre großen Kunden praktisch sich von Ihnen getrennt haben und Sie jetzt direkt an den Endkunden gegangen sind. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie da Bekanntheit bekommen, dass Sie da die Kunden Sie kennenlernen und zu Ihnen kommen? Also wie haben Sie da Marketing gemacht? Ja gut, das ist eine Automation. Wissen Sie, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das geht ja fließend. Ich habe ja gemerkt, dass die Großkunden sind ja nicht an einem Tag alle abgesprungen, sondern einer nach dem anderen. Und dann habe ich im Prinzip andere Großkunden, SP, beliefert. Das war eine Todsünde, dass man die Ware einem liefert, der billiger verkauft. Ich habe aber dann gesagt, ich werde nie einem Kunden vorschreiben, wie er meine verkaufen soll, sondern wenn er sie verschenkt, ist mir das am liebsten, dann geht es am schnellsten. Und dann haben wir am Schluss die Discounter beliefert. Und dann musste ich erkennen, dass dann kam ja auch online und so weiter, dass ich am Schluss nicht nur online, sondern auch noch eigene Geschäfte machen kann, weil ich, wie gesagt, von meinen Kunden nicht mehr überzeugt war. Und immer, wenn ich sage, nach dem Motto, ich habe einen Koch und plötzlich sagt er, ich koche nicht mehr, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Und eben, da muss man halt selber kochen. Und so habe ich das sukzessiv übernommen. Das muss ich aber erkennen. Und das ist so ähnlich, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt ein Problem mit Ihrem Dings, Ihr Produkt nimmt keiner mehr ab. Da müssen Sie fragen, warum. Der Kunde nimmt ja nichts mehr ab, sondern der sagt, Sie sind zu teuer. Oder der sagt zu Ihnen, Sie haben das falsche Produkt, dann müssen Sie das Produkt ändern. Oder müssen versuchen, ein anderes Produkt machen, wo Sie Ihren Preis eher durchsetzen können. Sie haben eine sehr bekannte Werbekampagne gemacht. Da erinnere ich mich auch noch selbst dran, dass ich als Kind die im Fernsehen gesehen habe. Und das ist der Trigema Affe. Wie sind Sie darauf gekommen? Oh gut, das war ganz simpel und einfach. Wir haben vor der Tagesschau, 20 Sekunden vor der Tagesschau, 20 Uhr, haben wir ja den Werbesputt gehabt. Und da hatten wir auch irgendeinen, den hatten wir uns an, und der war auch nicht groß auffallend. Und dann habe ich zu einem gesagt, hören Sie mal, Sie machen doch so Spots, ich brauche mal was Besonderes, was auffällt. Und dann hat der mir gesagt, er hätte für einen Japaner, glaube ich war es, Japaner, ja, einen japanischen Konzern, hätte er einen Tagesschau-Sprecher, der saß ja noch früher am Schreibtisch und hat die News gelesen oder die Tagesschau vorgelesen, da hätte er einen Affen hingesetzt. Und der hätte dann entsprechend die Nachrichten gelesen. Und den hätte er gemacht, aber der Japaner hat den dann nicht eingesetzt, den Spott, weil die oberste Heeresleitung gesagt hat, wir können unser Produkt nicht mit einem Affen bewerben. Dann hat er mir den gezeigt, dann habe ich gesagt, den finde ich super. Ja, und dann habe ich ihn genommen und der ist heute noch existent. Und haben Sie da irgendwie mal ausgewertet, wie war der Effekt? Also was ist danach passiert? Wie sehr hat sich diese Werbung gelohnt? Wir hatten natürlich nicht, wir loten nicht aus, sondern wir spüren das. Ich habe sofort, dann nachdem der, die ersten Male ausgesendet wurde oder gesendet wurde, habe ich Feedback bekommen. Ach, meine Kinder haben, die Mama hat uns ein Schreiben geschickt, die Kinder sind so toll, jetzt kommt der Affe Charlie auch im Ersten. Da gab es den Affe Charlie im zweiten Programm. Und das wusste ich gar nicht. Und da wir den Affen im Ersten hatten, haben wir Feedback bekommen, der Affe Charlie käme jetzt auch, die Kinder seien so entzückt. Und so habe ich laufend positive Nachrichten bekommen. Und deshalb läuft der Sport heute noch, weil ich immer nur positives Echo bekommen habe. Und das, wo ich positives Echo bekomme, ob das ein Artikel ist, der immer gelobt wird, oder eine Werbung, die wird bei mir nicht abgesetzt. Ich weiß auch, dass wenn ich hier Blödsinn rede, dann ist das Negativwerbung. Wie sich dann sagt einer, was der für einen Scheiß geredet hat, ich kaufe kein Produkt mehr. Das würde ich ja dann auch als Feedback kriegen. Ich kriege ja viel Feedback nach so einer Sendung und heißt, also toll, ich habe mir jetzt mal ein Polohemd gekauft von Trigema. Der hatte nie einen Trigema. Der kauft. Wir kriegen viele Neukunden. Also Sie müssen jetzt nicht meinen, ich mache das auch als Egoist ein bisschen. Weil ich sage mal, das, was ich sage, wenn das bei dem Zuhörer positiv ankommt, dann ist das eine positive Werbung. Ich habe auch schon Schläge gekriegt, als ich gesagt habe, Homeoffice kommt für uns nicht in Frage. Wer bei mir im Homeoffice arbeiten kann, den brauche ich nicht. Der ist unwichtig. Was meinst du? Ja, mein Homeoffice hat auch bei uns keinen Wert, weil ich brauche ja meine Leute, die konstant mit mir entscheiden und so weiter. Aber da kriege ich auch mal Schläge. Sie haben ja auch gesagt, beim letzten Mal, als Sie da waren, dass Sie keine hochstudierten Manager einstellen, sondern im Prinzip alle aus den eigenen Reihen. Ja, das habe ich ja auch im Vortrag gesagt. Alle leitenden Leute waren Lehrlinge. Weil wissen Sie, ich sage mal ganz klar, der, der hochstudierte, den Sie sagten, Manager, der mir sagt, der war beim Daimler und war bei Bosch und überall. Verstehen Sie, und am Schluss ist er bereit, nach Bollerdingen zu gehen. Kann er nur eine super Flasche sein. Weil nach Bollerdingen will keiner. Der möchte nach München oder möchte nach Stuttgart oder nach Düsseldorf. Aber nach Bollerdingen will keiner. Und deshalb sage ich, wir müssen die Leute ausbilden. Das habe ich schon sehr schnell erkannt. Weil nach Bollerdingen will ja kein Gescheiter. Ist doch logisch. Verstehen Sie? Weil Bollerdingen ist ein Kuhnest. Verstehen Sie? Und da will ja keiner hin. Und deshalb haben wir, und die Bollerdinger Kinder sind auch nicht blöder als die anderen. Verstehen Sie? Und die müssen wir ausbilden und deshalb sind alle leitenden Leute bei uns Lehrlinge gewesen und sind aus der Gegend. Und die bleiben wir. Und bringen Ihre Kinder dann auch mit? Ja klar. Also wir haben ja bis zu drei Generationen gleichzeitig im Unternehmen. Das muss man wissen. Weil klar ist, wenn die Eltern gut sind und Jahrzehnte da sind, dann ist doch logisch, dass die ihre Kinder nicht zu einer anderen Firma geben, wenn die bei uns, wir haben natürlich Schwierigkeiten, das Studium, das Studieren ist für uns tödlich. Weil wer studiert, ich habe neulich mal eine Näherin gefragt, das ist schon zwei Jahre her oder drei, was macht Ihre Jüngste, die hat eine Nachzügelin und die ältere Tochter war bei uns. Was macht Ihre Jüngste Tochter? Dann hat die sich in die Brust geworfen und hat gesagt, Herr Krupp, die macht gerade Abitur. Die hätte auch sagen können, die kriegen Sie nicht mehr. Weil wenn Sie Abitur machen, geht es mir nicht mehr an die Nähmaschine. Und wir brauchen Leute, die nicht so gescheit sind, sondern die auch Leistung bringen. Sie wollen doch nicht meinen, dass der Mechaniker oder der eine Maschine reparieren kann. Das sind Top-Leute, da bin ich ein Versager. Weil wenn Sie mich an die Maschine setzen und ich soll sie reparieren, dann läuft sie nach 14 Tagen immer noch nicht. Verstehen Sie? Und das brauche ich, wenn ich unsere Technik anschaue. Wir machen ja Eigenstrom und alles. Wissen Sie, und wo wir... wo die Gaspreise ins Unendliche gestiegen sind, da haben meine Techniker, die haben mir gesagt, Herr Krupp, da könnten wir was einsparen oder da können wir was einsparen. Aber ich hätte da nichts mit dem ganzen Studium nichts gehabt. Wir haben keine Akademiker im Unternehmen, außer meiner Familie. Wie war das denn, als die Gaspreise gestiegen sind? Wie hoch sind denn die Kosten für Sie gestiegen? Kann ich Ihnen sagen, wir haben normal 100.000 Euro im Monat gehabt. Für Gaskosten? Wir machen aber Eigenstrom. Mit allem drum und dran etwa 100.000 Euro. Dann sind die auf 200 und dann sind sie auf 300 und am Schluss waren sie auf einer Million im Monat. Also verzehnfacht. Verzehnfacht. Da habe ich gesagt, das kann... Und dann sind sie dann wieder runter und jetzt haben wir vielleicht 300.000 oder so. Aber das gibt es ja immer. Die Garnpreise steigen auch mal und da hat man eben auch Einsparungen wieder und so weiter. Das heißt, obwohl die Kosten auf eine Million Euro im Monat gestiegen sind, haben sie trotzdem eine positive Bilanz gehabt am Ende vom Jahr? Ja klar. Weil das ist ja immer... Ich muss ja mal sowas auch kurzfristig verkraften können. Es gab es ja immer mal, dass plötzlich die Garnpreise stark gestiegen sind oder das und jenes. Aber das war ja nur vorübergehend. Ohne Lohnkürzung, ohne Kurzarbeit? Ganz klar. Bei mir hat es nie in 55 Jahren eine Entlassung aus Arbeitsmangel gegeben, keine Kurzarbeit und immer garantierte Arbeitsplätze. Und dann kann ich von den Mitarbeitern auch die Leistung bringen. Herr Krupp, vielen Dank für die Zeit. Ich glaube, Sie sind echt ein Unternehmer, wo sich viele was abschauen können und was abschneiden können. Vielen Dank für die Inspiration und dir vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Interesse hast, von einem anderen sehr erfolgreichen Unternehmer zu laden, ich habe kürzlich Jochen Schweitzer hier interviewt, der von seinen größten Niederlagen erzählt hat und wie erfolgreiche Menschen mit Niederlagen umgehen. Wenn dich das interessiert, schau das auf jeden Fall an. Herr Krupp, vielen Dank, gute Heimreise, dir bis zum nächsten Mal und denk immer daran, dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF,